Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Unser Floß ist weitere vier Parts gealtert, von denen ihr nichts mitbekommen habt, aber auch gar nichts, weil mein Headset während der Aufnahme gestorben ist. Angefangen zu sterben hat es schon am selbigen Tag, als ich Risen aufgenommen habe. Ich habe das nicht mitbekommen, weil der erste Part zu Beginn wunderbar funktioniert hat. Headset-mäßig und dann während der Aufnahme, also während der ersten Folge, ist es dann endgültig verstorben und ich musste auch hier vier Parts löschen, vier Parts bei Risen, was nicht so schlimm ist, das kann man eh wieder machen, aber vier Parts bei Raft ist wirklich overkill. Wir sind hier an einer Insel angekommen. Ich möchte hier natürlich auch weiter Erze schürfen. Da unten gibt es Metall und Kupfer und was weiß ich, was alles kommt. Natürlich ist auch wieder unser schönes, wunderbares Floß gewachsen, von dem ihr nichts mitbekommen habt. Jetzt wieder einmal. Höh, das Haus tut uns weg. Das gehört aber nicht zum Glädigste. Ähm, ähm, wie sind wir eh, um Glück, ich könnte gleich mal was futtern. Ihr seht es auch schon, wir haben haufenweise Seetang, ja, das habe ich schon geerntet fleißigst, ganz brav. Und, ja. Und, wie so oft, habe ich einfach kein Glück. Uhuhu, eine Runde Mitleid, bitte. So. Gut, das zudem. Ich möchte einen Melonensamen noch haben. Hör ich gerade einen Hai? Na, der schwimmt gerade da hinten, ne? Alter, Mistviech. So. Ähm, ich habe mir auch nicht lumpen lassen und mir eine zweite, na, eine zweite Flasche habe ich nicht gecraftet. Wann habe ich denn die jetzt gemacht? Habe ich die jetzt schon, war sie schon dabei? Ich bin total verwirrt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich eine zweite Glückskatze gefischt. Ich konnte jetzt auch fischen seit längerem. Mir geht jetzt auch schon langsam die Sauerstoffflasche kaputt, wie ich hier sehe. Die muss ich jetzt auch bald nachbauen. Okay, Klipper haben wir eh schon wieder bald. Ich muss mal gießen. Und auch wieder auffüllen. Haben wir hier gegossen. Ja. Da können wir tatsächlich mal ernten, wäre nicht schlecht. So. Äh, Vogelscheuchito bist im Weg. So, dann gießen wir das Ganze gleich wieder. Wir können auch mal einen Schluck vertragen. Das ist nämlich echt praktisch. Ich mag diese Flasche. Da werde ich mir auch bei passender Gelegenheit noch eine zweite machen, weil, ähm, weil wir dann nämlich, äh, was wollte ich sagen? Genau. So viel Salzwasser, wie da drinnen in der Flasche Platz hat, füllen können und somit besser hier den Reiniger bedienen können, würde ich sagen. Jo. Also, füllen wir das wieder mal auf mit der Tasse. So, können wir das hier schön. So. Hat der Haifisch hier? Mhm. Ja. Er hat wieder vollste Arbeit geleistet. Du Arsch. Mit Flosse. So. Ich bin immer höflich. So. Schön befüllen. Also, das ist mein Ziel, noch mindestens eine Flasche zu bauen. Ich glaube, der Haie beißt gar her. Ja. Das war schon so in unserer Richtung. Natürlich geht mein Stärken kaputt. Ich habe keine. So. So. Ich habe auch, wie ihr sehen könnt, natürlich noch eine Kiste gebaut. Ich habe hier ausgebaut. Wir haben hier zugemacht. Ich muss euch dann auch gleich das Möfennest zeigen. Ich war auch schon so deprimiert, muss ich noch dazu sagen. Ich war schon so deprimiert, dass ich schon vorhatte, weil ich nicht gewusst habe, dass mein Headset, ähm, ja, kaputt ist zuerst. Ich dachte, es wäre bei der Aufnahme irgendwas schiefgegangen. War schon dementsprechend ganz traurig und fertig ein bisschen und wollte dann schon aufhören mit dem Let's Play. Ich bin aber froh, dass das nicht sein muss. Und wir haben auch eine zweite Schmelze gebaut, genau, damit das mit dem Klipper und so weiter schneller geht. Bin ich auch sehr froh damit. Ähm, wir brauchen Planken. Ich muss unsere Eisenreserven, falsch, hier. Unsere Eisenreserven jetzt mal, ähm, hier nutzen. Ich mache mal kurz so, ich wollte jetzt gerade die Glückskatze wohin stellen. So. Schön die Planken nachlegen. Genau, oben zeige ich euch noch schnell, bevor wir wieder ins kühle Nass gehen. Hier habe ich unser, also wie gesagt, hier habe ich alles ausgebaut, wie ihr seht. Wir haben jetzt hier einen schönen Bereich. Ich habe auch das Segel umgebaut, damit wir hier einfach mal sehen, wo wir hinfahren, ne. Ja, hinsegeln mit dem Schiff. Ähm, habe das hier noch kurzfristig müssen dazu bauen, damit ich überhaupt auf der Insel hier kann. Ähm, und habe hier für die Möwe so ein kleines eigenes Apartment gebaut. Ich finde es ist recht schön. Wir können es dann durch die Tür hier betreten und Federn einzusammeln und hier können wir sie super beobachten. Ja, das zweite Nest habe ich derweil eingelagert. Ich habe auch hier überall schön brav so kleine Gelände drumherum gemacht, über Leitern und so weiter. Erst finden wir die Leitern jetzt schneller. Und zweitens kann ich nicht mehr unverhofft runterfallen. Ähm, hat alles seine Vorteile. Für einen ungeschickten Menschen wie mich. So, ähm, gut, das zu dem. Das habe ich mal erklärt. Ja. Gehen wir wieder runter. Es wird eh schon dunkel. Ah, auf den Grill muss ich nochmal schmeißen. Boah, viel zu tun. Immer so viel zu tun. So, zack. Blanke auch wieder. Hier können wir wieder, ich würde sagen, tun wir mal, tun wir mal Rüben braten. Mein nächstes Ziel wäre es zum einen, hier habe ich schon mal angefangen. Ähm, unseren, unser Floß mit Eisen zu verstärken. Mit Metall und Nägel. Und ich möchte, der Klippe ist fertig, super. Was wollte ich sagen, was möchte ich tun? Äh, ich möchte auch noch den Topf herstellen. Das ist beim Kochen dabei, also der hier. Da bin ich gerade dabei, ähm, Metallbahn zu machen auch. Ähm, ich glaube wir haben sogar welche. Ja, vier Stück, das wird schon mal gehen. Bolzen müsste ich noch bauen. Ein, da haben wir keinen mehr. Glaub nicht, nein. Dann können wir natürlich schon den Topf machen. Dann können wir auch schon probieren, ob wir... Eigentlich können wir ihn bauen. Was, was, warten wir kurz. Ich mache nur schnell die Glückskatze. Wo tut man die jetzt am besten hin? Da haben wir ja schon eine. Noch eine hier hinstellen, ist ein bisschen komisch. Wir haben zu viele Glückskatzen. Wo wäre die denn schön? Da ist sie unten drin. So ein bisschen versteckt. Hallo. Winke, winke. Miau. So. Heppa hat das auch geklärt. So, Planken sind nachgelegt. Äh, Möwe. Schäm dich. Schuh. Ah, da drüben ist sie. Oh Gott. Ah. Wow, das habe ich hinbekommen. Schuh. Ich bin entzückt. Wir haben jetzt Planken haben wir noch mit. Genau, Kunststoff fehlt mir. Das hätte ich jetzt gleich mitnehmen können. Ich muss ja mich auch mal reparieren anfangen wieder. Also Kunststoff. Dann noch die Metall. WTF? Hallo? Was machst du denn? Du machst gerade deinen Job ja gar nicht. Freund. Das ist wieder typisch. Weit und breit kein gutes Personal. Ich wollte nämlich gerade sagen, er wird sich hier gleich angreifen. Ich habe natürlich wie immer... So, jetzt haben wir... Wow. Ja. Mist, Mist, Mist. Da. Kann ich das jetzt bauen? Normal schon, ne? Gehört dringend nämlich jetzt wieder renoviert. So, hier haben wir eh genug. Ja, das passt schon. Okay. Ähm, so. Den Topf wollte ich jetzt bauen. Da brauche ich jetzt einen... Einen Bolzen. Und noch blanken, einen Haufen. Ich werde das jetzt mal so machen. Ganz professionell. Nicht. So. Da machen wir einmal den Topf. Genau. Den möchte ich nämlich da hinstellen, wo der Grill ist. Hier. Das heißt... Das heißt, eigentlich wollte ich den... Ui, der ist breit. Oh. Ich dachte, das geht so aus. Ich habe das gedacht, das ist so ein kleiner. Oha. Aha. Aha. Okay. Okay. Ähm. Das erfordert jetzt Umdenken. Da muss ich jetzt umdenken. Warte. Ähm. Zuerst einmal. Brauche ich Platz. Was läuft mit dir schief, Möwe? G'schu. Aha. Freilich. Samen und alles. Okay. Ich habe überhaupt für nichts Platz. So. Ich sollte mal... So. Essen. So. Wo ist die Ananas? Samen. Können wir gleich pflanzen. So. So. Passt. Wasser. Gut. Trinken. Passt. Nochmal. Gut. Ananas wegfressen. Passt. Sehr gut. Ähm. Den Fisch. Von mir aus auch wegfuttern. Dann sind wir auch satt. Passt. Krupp, 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 krupp. Na. Ich will den... Ja. Ich will den auf den Grill hauen. Gehen sich drei aus. Das ist super. Dann können wir schön praten. So. Ähm. Ich möchte... Den hier jetzt mal wegreißen. So. Und der soll hier hin. Dann würde ich sagen, der Reiniger, so, den platzieren wir hier hin. Falls möglich. Ja. Ja. Schuh. Dann. Ich würde sagen, die ernten wir mal. Wenn es geht. Ernten. Ja. Den Schuh. Was kann man eigentlich mit der Blume? Da kann man nur Farbe machen, ne? Ähm. Habe ich jetzt eigentlich nicht mehr so ein... Schuh. Dieses Viech. Sag ich brauche Platz. Halt. Blumen waren hier. Genau. Genau. Ist das schon wieder ein Hai irgendwo? Nö. Das ist jetzt verschwunden, oder? Na, geht. Den Schuh. So. Warum nicht? Den blauen Samen. So. 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 Und so. So. Haben wir hier. Ich glaube. Habe ich hier nachgefüllt? Ich glaube schon. So. Dann können wir den zweiten Reiniger. So. Und den Vorstandisch. Das war jetzt so schön hier. Mit dem. Aber der muss jetzt weg. Ja. Komm. So. Und da kommt jetzt der Topf hin. Der müsste ich jetzt ausgehen, ne? Ja. Ja. Ja, ich würde sagen, so. So. Tada. Was ist denn da? Du Geheim. Haha. Du konntest es nicht zerstören. Du Mist Fisch. So. Schön reparieren. So. Gut. Das zu dem jetzt mal. Hätte ich nicht gedacht, dass der so viel Platz braucht. Ich dachte, das wäre nur so ein Topf, ne? So wie das ohne den Tisch. Aber das erklärt, warum er auch so viel Planken braucht. Nee. Wenn man einer Möwe jetzt einen Fisch hinlegt, ob sowas geht, kann man einer Möwe ins Nest ein Fisch legen? Das geht normal nicht, oder? Das geht normal nicht, oder? Essen entfernen. Das mir hier quasi ein, äh, ein, ein Geschenk gibt. Nein. Na, kann man nur essen. Nein. Quietsch. War eine doofe Idee. Ähm, denn forschertisch. Da können wir jetzt eigentlich... Dann hätte ich schon gern im Schlafzimmer irgendwie. Wobei ich schon überlegen bin, ob ich das Schlafzimmer nicht auch nach oben... Beziehungsweise hier die Küchenzeile, die möchte ich auch gerne oben haben. Weil wenn ich hier eine Essensterrasse machen möchte, hier so, würde ich es sich anbieten, hier irgendwie eine Küche zu haben. Man könnte mir hier eine Wand ziehen. Hier wieder mit so einem Fensterle. Ich glaube, das können wir probieren. Wenn ich jetzt genügend Planken habe... Ja. Das könnte was werden. Nein! Der Wellengang. Scheiße. Der Wellengang, das wollte ich jetzt nicht. So. Jetzt haben wir natürlich keine Planken mehr, ne? Was, Elo? Ah, der geht sich aus noch. Passt. Ha, hat hingehauen. So, das wollte ich so machen. Dann könnte ich ja schon anfangen, die Küchenzeile hier nach oben zu verfrachten. Hätte ich können den forschertisch unten lassen, ich gescheite Frallen. Können wir ja gleich mal ausprobieren. Platz habe ich noch. Weil dann nehme ich den gleich wieder mit. Zack. Und dann kann ich den forschertisch tatsächlich hier so lassen. So. Weil das schaut schöner aus, glaube ich. So. Das passt einfach so besser. Genau. Den Grill würde ich auch schon gern mitnehmen. Zack. So, nichts wieder auf. Weil den Grill würde ich gerne hier platzieren. Aha, da ist es das natürlich jetzt tauschen müssen. Okay, dann machen wir das hier mit dem Topf. Wenn jetzt vom Fenster eh nicht so wirklich profitieren kann. So. Genau. Und hier daneben. Wo ist er, der Grill? Da. Da gleich so. So. Schön knapp. So. Den Grill. Ja. So schaut schon noch was aus, glaube ich. Hervorragend. Jetzt müssen wir nur noch dann das Rezept warten. Warte, das möchte ich auch noch schnell holen gehen. Wir haben ja einige Rezepte. Müssen wir jetzt diesen, diese Kochstelle quasi. Müssen wir die jetzt quasi. Warte, haben wir noch eine Blanke? No. Was wollte ich jetzt sagen? Ähm, warte. Warte. Dann können wir jetzt wieder... Nein? Ja, ist egal. Da hinstellen, wie es sich gehört. So. War das richtig? Ich glaube, ja. So. Ja, das passt so. Ich glaube, ich hatte ihn immer verkehrt herum aufgestellt gehabt. Upsi. Ähm. Geh weg. Geht ja. Das ist auch noch ein Ziel von mir, was ich gerne machen möchte, dass wir... Oder haben möchte, besser gesagt. Habe ich... Wo habe ich das jetzt hingetan? Die Blanken? Da. Ich möchte gerne... Warte, was tue ich jetzt hier weg? Brauche ich nichts wegtun. Ich möchte gerne... Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte. Oh. Zocki. Wie kannst du noch? Jetzt habe ich es echt vergessen, was ich sagen wollte. Nee. Epic Fail. Gibt es denn das jetzt? Voll vergessen. Oh Mann, ey. Wow. Ananas Samen. Dann werden wir gleich die Melone verputzen. So. Mahlzeit. Ananas. Und den Ananas Seemling. So. Und eine Kartoffel. Und einmal gießen. Und passt schon. So. Schön Wasser einsammeln. Und. Zack. Zack. So passt schon. Ähm. Was wollte ich jetzt machen? Was wollte ich sagen? Ich habe es komplett vergessen. Pro Firmberg. Auf jeden Fall müssen wir tauchen. Auf jeden Fall habe ich vergessen. Äh. Bei der Schmelze. Wieder Seedang nachzulegen. Ähm. Die Flasche muss ich bauen. Die war hier. Einmal. Ich glaube, das habe ich schon dafür gebraucht. Ne. Dafür die Flasche. Ja. Das baue ich mir gleich ein zweites Mal. Weil ich echt ein bisschen schwitze. Wenn wir jetzt wieder auf Tauchstation gehen. Achso. Der Klipper fehlt. Äh. Dass wir ersaufen. Ganz elendlich. Das wollen wir doch nicht. Das Schöne ist. Schon schön langsam. Werden wir auch mit dem Plastik. Werden wir das auch schon langsam los. So wollte ich sagen. Wir haben hier Tonsand. Das heißt, ich kann den Ziegel hier hin tun. Den kann ich da hin tun. Die Federn sind mal voll. Den tun wir da hin. Schrott nehme ich mal mit. Die Seile nehme ich jetzt auch mit. Die gehören hier nämlich nicht hin. Die Klipper habe ich hier noch ein bisschen. Du gehörst da auch nicht hin. Du gehörst woanders. Da haben wir den großen Anker. Stimmt. Von dem habe ich hier letztes Mal glaube ich auch erzählt. Das ist ein riesen Oschi von Anker. Ich werde ihn. Warte. Ich werde ihn euch gleich zeigen. Ich muss nur schnell mal hier ein bisschen sortieren. Weil da schaut es aus. Ganz furchtbar. Da könnte ich eigentlich auch schon eine reine Kiste machen. Nur mit Palmenblatt. Wäre schon bald besser glaube ich. Steine. Hier haben wir. Oh. Ich kann. Ich mache glaube ich wirklich eins. Nur mit Blatt. Habe ich glaube ich gerade so eben entschieden. Und hier eines. Rein mit Stein und Schrott. Ich glaube das ist vernünftig. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Schaut jetzt nicht ganz so schön aus. Aber ungefähr passt das. Und hier dann noch die Planken. Das glaube ich kann man so stehen lassen. So. Ein bisschen tauschen. So. Den Stein können wir theoretisch. Will ich was bauen? Noch nicht. Dann. Darf ich hier schon das zweite Nest haben? Hier. Da wollen wir unseren Nagel rein. Ich habe jetzt auf dieser Insel keinen Dreck gefunden. Ich muss mal schauen. Das hört sich so blöd an. Aber es ist halt so. Ah ja stimmt. Hier gehört noch ein Wasser rein. Und dann. Wir haben im nächsten Part. Ich glaube. Vorher wird das nichts. Wir werden mal wieder auf Tauchstation gehen. Aha. Da ist der Klipper fertig. So. Jetzt da haben wir das schon fertig. Tastik. Jetzt fehlt nur noch das Seil. Das haben wir auch genügend. Haben wir eh schon gesehen. Die waren jetzt hier drin. Ha. Ich habe es mir sogar gemerkt. Jetzt können wir schon einmal wieder herstellen. Perfekt. Das heißt. Wir werden hoffentlich nicht ähnlich ersaufen. Wenn das hin ist. Können wir das gleich nachlegen. Die Flossen sind auch so ein Thema. Da brauchen wir auch einen Haufen Klipper. Und Seedank. Da brauchen wir das sogar extra. Weil die Flossen sind auch eine coole Sache. Jo. Wir haben jetzt 1,1 übrig. Ich werde das jetzt... Boah. Alter. Alter. Alter, zeige ich mich erschrocken. Was? Wo? Hä? Was hat er mir jetzt kaputt gemacht? Wat? Oi. Hui. Okay. Das war jetzt aber mehr Glück als verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte jetzt echt Angst. Das ist jetzt... Boah. So. Planken. Ich muss jetzt dann bald mal unsere Bäume schlachten, wenn es so weiter geht. Ich sollte schauen, dass ich hier jetzt da mal wirklich... Wirklich... Wird es jetzt hell oder dunkel? Hell. Dunkel. Dunkel. Jetzt geht's. So. Genau. Ich wollte nur sagen, ich bin hungrig. Und was wollte ich jetzt sagen, schon seit zum 20. Mal? Wir müssen tauchen. Ich muss jetzt wirklich schauen, dass wir noch mehr Eisen kriegen. Das ist wichtig. Ja, durchstiegsamer auch. Jawohl. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Geht's wieder? Fast. Freut mich. So. Schön wegfressen, das Ganze. Ähm. Die Rübe essen wir auch, dass wir ein bisschen Gemüse-Indus haben. So. So. Was möchten Sie? Gehen Sie doch weg. Die Ananas ist schon wieder fertig, wenn du denkst, ne? So. Braucht frisches Wasser, bitteschön. So. Jetzt können wir noch schnell das hier befüllen. Ach ja, jetzt habe ich eine zweite Flasche, ne? Das könnte ich da... Na, doch nicht. Ich bin dumm. Stimmt. Jetzt hätte ich noch optimieren können. Egal. So. Kann ich eigentlich vom Netz aus auch... Nein. Wäre ein bisschen unlogisch, ne? Wenn das eh schon so dankbar ist, dass wir nicht drunter stürzen können. So. Haben wir alles? Ja. Fast wegschütten. So. Das zu dem. Die Ananas fressen wir noch weg. Mahlzeit. Gut. Dann ein bisschen sortieren. So. Fischi-Fisch. Stimmt. Den können wir auf den Grill schmeißen. Muss ich rauf rennen. Ich will immer jetzt herunten. Macht der Gewohnheit. So. Also aufs Grill schmeißen. So. Und das... Genau. Das Rezept wollte ich auch probieren. Meine Güte. Ob das geht. Äh. Wir hatten hier. 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 Da gab es die Rezepte. Ich will da jetzt überall mal eines mitnehmen. Und schauen, ob wir damit den Topf speisen können mit den Rezepten. Oder auch nicht. Dieses Rezept kann in einem Topf... Ein Rezept, das in einem Topf gekocht werden kann. Das Rezept oder die Zutaten dafür. Und da weiß ich jetzt eben nicht. Ah. Planken. Nee. Und da habe ich jetzt keine Ahnung. Braucht man dafür jetzt noch irgendwas? Verarbeitet Basisnahrung zu erstaunlichen Mahlzeiten. Topf gekocht. Ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Ich versuche da jetzt irgendwie... Oder muss ich es ausrüsten? Ah. Ah. Mal wie cool. Okay, jetzt komme ich mit. Okay. Also, okay. Das Früchtekompott. Ach, so geht das. Okay. So. Das kann man anheften. Früchtekompott. Den Fischeintopf möchte ich gern da... Da kann man so durchgehend eigentlich, ne? So rüber. Dann mache ich hier die Herzhaften. Weil so ein Kompott ist ja eigentlich mehr Nachspeise, ne? Fischeintopf. Einfacher Fischeintopf. Okay. Dann können wir gleich daneben hin tun. Das ist ja richtig cool. Und Gemüsesuppe. Das ist auch was Herzhaftes. Aber eher mehr so Obst-Gemüse-lastig, würde ich sagen. Gebe ich hier dazu. Das ist cool. So geht das. Dann haben wir eh zufällig dabei. Dann können wir jetzt... Wie kann ich jetzt kochen? Kann ich jetzt... Muss ich das jetzt reinschmeißen, so? Dass das passt, oder wie? Essen. Entfernen. Ich möchte jetzt gern die Gemüsesuppe kochen. Muss ich das jetzt auf Stück genau haben? Alter. So, komm ich jetzt zur Stelle. Mistviech. Elendiges. Äh, vielleicht sollten wir sogar noch warten, bis der Haifisch stirbt. Weil... Ähm... Dann hätten wir ein bisschen Ruhe vor ihm, ne? Okay, jetzt muss ich nur rauskriegen, wie das geht mit dem Rezept. Ich versuche jetzt hier mal, das Ganze auf Stück genau zu haben. Entfernen. Essen. Essen entfernen. Aha, rohe Kartoffeln platzieren. Ach so. Jetzt komm ich mit. Und jetzt? Na, das stimmt doch nicht, oder? Beginn mit dem Kochen. Aha. Ich glaube, das passt nicht, oder? Ah, das ist so gemeint. Entweder oder, ne? Kartoffel oder Rübe wahrscheinlich. Oder beides. Jeweils insgesamt vier Stück. Oder vier. Okay. Aha. Mal schauen, ob da jetzt was draus wird. So geht das. Okay. Ja, das ist halt schon cool. Das ist richtig cool. Wir müssen den Part beenden übrigens. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.